Mit Kardec Factoring, Triple Dragon und Novity Finance sind 2020 bereits drei Kreditgeber neu auf Debitom Network hinzugekommen. In diesem Video möchte ich auf die Geschäftsmodelle der einzelnen Unternehmen eingehen. Ich möchte zeigen, wie die Kreditabsicherung funktioniert und warum ich in den neuen Partnerschaften großes Potenzial sehe. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, eurem YouTube-Kanal für authentische Erfahrungsberichte und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Bevor wir in die Analyse der drei neuen Kreditgeber bei Debitom Network eintauchen, möchte ich gerne noch ein paar allgemeine Sätze zum Kontext dieses Themas verlieren. Und ich möchte aufzeigen, warum ich eigentlich kein Freund davon bin, sich mit einzelnen Kreditgebern bei Peer-to-Peer-Marktplätzen zu beschäftigen. Warum ich jetzt aber im Fall von Debitom Network eine Ausnahme machen werde. Wenn du direkt in die Analyse vorskippen möchtest, dann blende ich dir jetzt hier im Video einen Zeitstempel ein. Dann kannst du direkt vorspulen und dir meine Bewertung und meine Einschätzung der drei neuen Kreditgeber anhören. Für alle die, die jetzt noch dran geblieben sind, möchte ich einfach mal ein bisschen Kontext geben, warum ich nicht wirklich ein Freund davon bin, sich so detailgetreu mit einzelnen Kreditgebern zu befassen. Für mich persönlich, ich unterscheide Peer-to-Peer-Plattformen immer in zwei Kategorien. Auf der einen Seite gibt es für mich die direkten Anbieter. Dazu zählen dann zum Beispiel Plattformen wie Bondora, Neo Finance oder auch Estate Guru. Und auf der anderen Seite haben wir die Peer-to-Peer-Marktplätze, wozu dann zum Beispiel Mintos zählen, Peerberry oder zum Beispiel auch Debitom Network. Und was unterscheidet letztlich diese beiden Plattformen oder diese beiden Kategorien, in die man Peer-to-Peer-Anbieter unterteilen kann? Auf der einen Seite haben wir die direkten Anbieter, welche sich zum einen um die Akquise neuer Investoren kümmern und auf der anderen Seite um den kompletten Prozess rund um den Kreditnehmer. Das heißt um die Bonitätsprüfung, um die ganze Zahlungsabwicklung beim Kredit und am Ende hinten raus gegebenenfalls auch mit der Schuldeneintreibung, also mit dem Inkasso-Prozess. Auf der anderen Seite haben wir Peer-to-Peer-Marktplätze, die sich ebenfalls um die Akquise der neuen Investoren kümmern. Aber anstatt der Kreditnehmer kümmern sie sich um die Akquise neuer Kreditgeber. Und dort wird quasi dieser komplette Wertschöpfungsprozess der Kreditnehmerbewertung und diese ganze Customer Journey, von der man immer spricht, quasi von dem Onboarding, von der Bewertung neuer Kreditnehmer, von der ganzen Abwicklung bis hin gegebenenfalls zum Inkasso-Prozess. Das wird halt komplett an die Kreditgeber ausgelagert. Und das ist auch genau der Grund, warum, wenn man sich allein das Kreditvolumen anschaut, Plattformen wie Peerberry oder Mintos auch ein viel, viel höheres Kreditvolumen haben, weil sie eben basierend auf ihrem Geschäftsmodell einfach sehr viel stärker skalieren können und sich weniger mit dem Kreditnehmer an sich beschäftigen müssen, sondern einfach nur nach potenziellen und potenten Kreditgebern Ausschau halten müssen, die eben in sich wiederum einen Kreditnehmerstamm betreuen und dann die Finanzierung an die Peer-to-Peer-Plattformen weiterleiten. Das ist den meisten hoffentlich sicherlich schon bekannt. Ich wollte es einfach nur mal zum Kontext ein bisschen besser darstellen. Und was ist jetzt quasi der Unterschied, warum ich jetzt bei Kreditgebern nicht bis ins letzte Detail hineinschaue? Eigentlich ist es recht einfach mit einem Wort, mit einem Termini zusammenzufassen und zwar Return on Time Invested. Return on Time Invested bedeutet so viel, wie viel Zeit wende ich auf oder wie viel Ertrag bekomme ich für den Aufwand, für den zeitlichen Aufwand, den ich in eine bestimmte Sache reinlege. Und natürlich lässt sich das relativ einfach auch über die Formel Zeit ist Geld nachvollziehen. Das heißt, je mehr ich mich aktiv mit einem Investment beschäftige und je kleiner es dabei auch ist, desto geringer fällt eigentlich meine tatsächliche Rendite aus, weil ich eben sehr viel Zeit für vergleichsweise wenig Geld aufwende. Und das ist immer eine Balance. Da muss jeder Investor für sich wissen, wie viel Zeit möchte ich effektiv für meine einzelnen Investmentvehikel einsetzen. Bei mir persönlich ist es so, ich schaue natürlich, viele Leute, die meinen Kanal nicht erst seit gestern kennen, ich schaue sehr genau auf die Peer-to-Peer-Plattform und versuche hier wirklich nach bestem Wissen und Gewissen qualitativ gute Anbieter für mich herauszusuchen, anstatt in die breite Masse zu gehen und eher quantitativ sehr breit mein Investment zu streuen. Wenn es allerdings um Peer-to-Peer-Marktplätze geht, sehe ich das ein bisschen anders, denn mein Ziel innerhalb eines Marktplatzmodells ist es nicht, die maximale Rendite zu erwirtschaften, weil ich dadurch das Risiko habe, mich womöglich auf wenige Kreditgeber zu fokussieren, die, wenn die wiederum ausfallen, mich dann vor gewisse Probleme stellen und mir so ein bisschen ein Loch auch in die Rendite auf der Plattform reißen. Machen wir es mal plastisch, wir haben jetzt bei Mintos aktuell um die 70 Kreditgeber und mein Ansatz ist immer maximal zu diversifizieren, das heißt ganz klar Masse statt Klasse, wenn es um die Kreditgeberauswahl geht. Natürlich gibt es dort qualitative Unterschiede, aber ich glaube, dass es eben nicht wert ist, die Zeit darauf einzusetzen, wirklich jeden einzelnen Kreditgeber zu analysieren und deswegen bin ich bei Marktplätzen immer auch der Meinung, man sollte möglichst breit streuen, nicht zu hoch die Rendite ansetzen, dass man sich dann nicht eben selbst künstlich limitiert und ich glaube, dann kommt man mit so einem Marktplatzmodell gut weg und dann sind die Risiken, die zum Beispiel bei Mintos liegen, auch nicht darin zu sehen, wenn eben Kredite ausfallen, sondern eben in ganz anderen Variablen, wenn es zum Beispiel um Fragen der Regulierung geht, wie das Management Team aufgestellt ist und wie es allgemein wirtschaftet. Das sind Fragen, die für mich dort auf jeden Fall deutlich im Vordergrund stehen. Jetzt zur Erklärung, warum ich aber trotzdem mal ganz kurz so einen kleinen Exkurs mache und warum ich auf Debitum Network schaue. Debitum Network ist für mich noch ein etwas anderer Betrachtungsfall, ganz einfach aus dem Grund, dass es noch ein deutlich kleinerer und deutlich jüngerer Anbieter ist. Wir sprechen hier effektiv von einer Markterfahrung bei Debitum Network von circa anderthalb Jahren aktuell und um das mal zu verdeutlichen, die drei neuen Kreditgeber, die jetzt hinzugekommen sind, das sind die Nummer 6, 7 und 8, also noch weit entfernt von den 70. Deswegen finde ich, ist es hier auch nochmal eine ganz andere Sensibilität und auch eine ganz andere Verantwortung, die nicht nur für mich einhergeht, sondern wo, glaube ich, auch jeder andere Investor versuchen muss zu verstehen, dass man sich dort einfach auch in gewisser Weise mit diesen Kreditgebern beschäftigt und ein bisschen hinterher ist, um zu verstehen, mit welchen Partnern arbeitet dort eigentlich Debitum Network zusammen. Ja, ich natürlich in meiner Rolle, in meiner Funktion, der selber auch aktiv investiert, ich nehme es für mich persönlich wahr, aber eben auch in gewisser Weise eine Verantwortung auch gegenüber den Leuten, die hier zuschauen, die vielleicht auch sagen, hey, Debitum finde ich interessant, für die Leute erstelle ich ja auch diesen Content. Und was natürlich auch interessant ist, das merkt man auch, das werden wir gleich sehen in den einzelnen Beispielen, dass Kreditgeber in dem Kreditsegment, in dem Debitum Network aktiv ist, nämlich in Geschäftskrediten bei Rechnungsfinanzierungen, dass es hier deutlich spannender zugeht, als wenn wir jetzt einen klassischen Kreditgeber haben, der in einem x-beliebigen Land Konsumkredite anbietet. Ja, da kann man natürlich schauen, hey, wie ist der Markt strukturiert, wer sind die Kreditnehmer, was sind da gerade so die Marktsituation, was ist die Marktsituation, also man kann sehr viel rund um so einen Konsumprivaten Verbraucherkreditmarkt herausfiltern, was auch interessant ist, aber gerade bei Geschäftskrediten, und das werde ich jetzt gleich auch nochmal zeigen, finde ich, ist es nochmal eine etwas andere Würze, die da mit reinkommt. Und deswegen bin ich jetzt auch gespannt auf euer Feedback, genug der Vorrede. Ich möchte euch jetzt zeigen, was die drei neuen Kreditgeber bei Debitum Network auf dem Kerbholz haben und wie ich die Geschäftsmodelle einschätze. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, jetzt noch ein Disclaimer an dieser Stelle, was ich jetzt nachfolgend behandeln werde, das sind die Geschäftsmodelle. Das heißt, ich werde jetzt nicht auf die Bilanzen eingehen, ich habe mir keine Bilanzen von den einzelnen Kreditgebern angeschaut, aber natürlich, um eine qualitative Analyse von diesen Kreditgebern festzustellen, ist natürlich die Wirtschaftlichkeit so eines Kreditgebers enorm wichtig und deswegen hier ein ganz wichtiger Hinweis, ich habe mir die Geschäftsmodelle angeschaut, ich finde, dass die sehr interessant sind, gerade auch im Hinblick auf die Kreditabsicherung, aber natürlich kann ich keine Aussage darüber treffen, wie wirtschaftlich die einzelnen Unternehmen aufgestellt sind und wie gut diese dann auch gegebenenfalls in wirtschaftlichen Phasen performen. Also das einfach nochmal als Hinweis vorweg und jetzt starten wir rein und schauen uns die drei neuen Kreditgeber mal im Detail an. So, das war dann jetzt doch eine etwas längere Vorrede. Vielen Dank an alle, die sich hier einfach mal meine Argumente angehört haben. Wir fangen chronologisch an mit dem ersten Kreditgeber, der neu auf Debitum Network hinzugekommen ist. Ich glaube, es war in der ersten oder zweiten KW des neuen Jahres und es handelt sich hierbei um Kardec Factoring, ein Kreditgeber aus den Niederlanden. Was bietet Kardec Factoring an? Das sind im Endeffekt Rechnungsfinanzierungen, auch bekannt als Factoring-Darlehen, sollte, denke ich mal, den meisten bekannt sein, worum es sich dabei handelt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr damit gar nichts anfangen könnt. Und diese Rechnungsfinanzierungen, die bietet Kardec Factoring für eine ganz bestimmte Klientel an, nämlich für Anwälte bzw. für Anwaltskanzleien. Und diese Anwaltskanzleien, die vertreten wiederum niederländische Staatsbürger, die sich keinen privaten Rechtsbeistand leisten können. Also ich denke mal, das kann man sich in etwa so vorstellen, wie man das vielleicht immer aus guten Kriminalfilmen kennt, wenn es dann heißt, sie haben das Recht zu schweigen. Hier, wir erklären Ihnen kurz Ihre Rechte und Sie haben die Möglichkeit, sich einen Rechtsbeistand oder einen Strafverteidiger zu suchen. Wenn nicht, wird Ihnen jemand vom Gericht zugeteilt oder es wird Ihnen jemand zugewiesen. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch in diesem Konstrukt hier vor. Und was immer ganz interessant ist, ist ja die Frage, wenn diese Dienstleistung, wenn Anwälte quasi ihre Zeit dafür hergeben, also wenn Anwälte beschäftigt werden, wer bezahlt eigentlich die Rechnung, wenn der Beklagte sich keinen Rechtsbeistand leisten kann. Und das ist eine interessante Frage, die mir eigentlich hier auch erstmal deutlich geworden ist, weil irgendjemand bleibt ja auf den Kosten sitzen. Und wenn jemand, sag ich mal, ökonomisch nicht in der Lage ist, das Ganze zu finanzieren, wer bezahlt es im Endeffekt. Und hier ganz interessant, es gibt in den Niederlanden eine staatlich geführte Agentur, die heißt Rat vor Rechtsbestand. Ich habe das mal mit Google Translate versucht zu übersetzen. Ich glaube, es heißt Rechtshilfe oder Rechtsbeistand. Macht ja in dem Fall Sinn. Und das handelt sich hierbei also um eine staatlich geführte Agentur, die, wir kürzen es mal als RVR ab, das will ich noch dazu sagen, weil wir es jetzt noch ein, zwei Mal bestimmt benennen werden. Und diese staatliche Agentur stellt Schuldscheine aus, sogenannte Promissory Nodes. Und genau durch diese Schuldscheine werden dann die offenen Forderungen der Anwälte beglichen. Wie kommt jetzt Cardic Factoring in dieses Konstrukt mit rein? Cardic Factoring agiert hierbei als eine Art Vermittler, als eine Art Intermediär, welcher im Auftrag eines Anwalts oder einer Anwaltskanzlei die Zahlungen von der RVR erhält und nach Abzug der anfallenden Factoring-Gebühren dann den verbleibenden Betrag an die Anwaltskanzlei weiterleitet. Und damit die Gebühren und die Provisionen natürlich abgedeckt sind, die damit einhergehen, finanziert das Unternehmen auch nur 85% vom Wert der Schuldscheine. Also das erstmal nur als Geschäftsmodell. Und was jetzt eigentlich durch diese staatliche Agentur klar wird, ist, dass in dieser Situation die niederländische Regierung hierbei indirekt für diese Kredite als Gläubiger, nämlich in Form dieser Schuldscheine, auftritt und für Kreditausfälle haftet. Also das finde ich sehr interessant als Geschäftsmodell und birgt natürlich eine enorme Absicherung für das Thema Kreditrisiko. Und hier kommt wieder dann auch dieses Thema zu Trage. Lohnt es sich nicht vielleicht, wenn diese Kredite mit vergleichsweise nur 7 oder 8% verzinst sind, zu sagen, ich brauche keine Konsumkredite, die mir 10, 12, 14% geben, sondern ich wäre auch bereit mal unter diesen Umständen mir Kredite ins Depot zu holen, die auch geringer verzinst sind. Ich denke, das ist eine Frage, die sich auch jeder mal stellen muss, wo sich jeder auch eine Antwort für sich finden muss, ob man in solchen Konstrukten nicht auch bereit ist, seine Renditeanforderungen etwas zu überdenken. Um das Ganze mal so ein bisschen plakativ jetzt darzustellen, weil wir jetzt von der niederländischen Regierung, vom niederländischen Staat gesprochen haben, wenn man aktuell Staatsanleihen der Niederlande kauft für einen zweijährigen Zeitraum, dann wird er momentan mit minus 0,6% verzinst. Und auch wenn wir jetzt Anleiherenditen von 3, 5, 10 oder 15 Jahren haben, dann ist dieser Betrag immer negativ. Das heißt, ihr wisst, was es bedeutet. Wir zahlen als Anleger effektiv drauf. Da muss man sagen, da ist es natürlich via Kardec Factoring eine schöne Alternative. Es gibt allerdings ein großes Problem bei Kardec Factoring und das ist das Kreditvolumen. Es sind nämlich nur Assets in Höhe von 43.000 Euro vorerst hochgeladen worden. Und natürlich, das ist nicht viel Geld für einen Marktplatz. Das war natürlich sehr, sehr schnell vergriffen. Ich habe mal nachgefragt, wie ist der Status? War das jetzt nur ein kleines Strohfeuer? Oder wird es neue Kredite von Kardec Factoring geben? Man befindet sich jetzt aktuell in Gesprächen und schaut, inwieweit oder in welcher Form jetzt auch das Kreditvolumen erhöht wird. Also kann ich jetzt hier leider keine Versprechungen oder keine konkrete Ansage diesbezüglich machen. Aber die Tür ist zumindest nicht zu. Es finden Gespräche statt und da muss man jetzt eben schauen, was in Zukunft passieren wird und ob es hier nochmal weitere Kredite gibt. Dann machen wir weiter mit Triple Dragon aus Großbritannien. Triple Dragon ist ein in London ansässiges und 2016 gegründetes Unternehmen. Die Vision, die dahinter steht, ist die führende Handelsbank, eine sogenannte Merchant Bank, für die Videospiel- und mobile App-Branche zu werden. Und was Triple Dragon dafür tut, ist, dass sie Entwicklern und Herausgebern von mobilen Apps und von Videospielen flexible Finanzierungs- und Betriebskapitallösungen zur Verfügung stellen. Fachtermine wäre hier Working Capital, mit denen diese ihr Geschäft schneller finanzieren und weiter ausbauen können. Und was jetzt ganz interessant ist in dem Geschäftsmodell als Sicherheit bei der Kreditfinanzierung, dienen Forderungen gegenüber großen Technologieunternehmen, die wir alle schon mal irgendwann in unserem Leben gehört haben, nämlich gegenüber Google, Apple, Amazon oder auch Twitter. Welche nämlich die Firmen sind, die die App- und Videospielentwickler im Kern finanzieren. Wie funktioniert das Ganze? Also, wir haben auf der einen Seite private Verbraucher, die Apps, die mobile Apps nutzen und dort Spiele spielen und sich irgendwelche Credits besorgen. Ja, ich bin da leider nicht so konform. Ich kenne Candy Crush nur oberflächlich. Keine Ahnung. Es gibt ja tausende von Spielen mittlerweile. Und die Bezahlung, wenn man sich dort irgendwelche Sterne kaufen will, keine Ahnung, wie das funktioniert. Dieser Umsatz, der dann durch die Privatpersonen generiert wird, der wird in den App-Stores gelagert. Also von Unternehmen wie Apple, Google oder Amazon, respektive bei Spieleplattformen, wie zum Beispiel Sony, Playstation, Microsoft, Xbox oder Nintendo. Und was jetzt hier passiert ist, dass dieser Umsatz, der generiert wird, der wird quasi in diesen App-Stores bzw. Spieleplattformen gesammelt. Und erst 45 bis 60 Tage später an die Entwickler und Herausgeber ausgezahlt. Und Triple Dragon hat jetzt Kontrolle und Zugriff auf diese offenen, auf diese bestehenden Forderungen. Und deswegen finanziert Triple Dragon dann flexible Wachstumskredite, die dann mit Forderungen in Höhe von über 120% besichert sind. Die Merkmale sind ja eigentlich relativ ähnlich einer Rechnungsfinanzierung. Das heißt, man sieht die bestehenden Forderungen, die einfach nur erst in der Zukunft bezahlt werden, finanziert das Ganze vor und kann sich dann das Geld später wieder direkt über die Anbieter zurückholen als Factor. Es gibt allerdings auch dynamische Modelle. Das heißt, wenn man merkt, hey, das ist ein Spiel, was gerade gut Anklang findet. Wir wollen weiter investieren, mehr Werbung, wir wollen noch größer werden damit, dann kann man hier eben auch basierend auf diese Einblicke, die man bekommt, sagen, okay, alles klar, es wächst gut. Und dann kann man das in irgendeiner Form der Credit Line mit diesen Forderungen einfach weiter erhöhen, dass sich diese Tilgung quasi nach hinten raus verschiebt. Sofern es eben basierend auf den ansteigenden Forderungen, die dadurch dann auch entstehen, durch die steigenden Umsätze, sofern es dann auch gedeckt ist. Also das ist das Geschäftsmodell von Triple Dragon, also sehr stark im Gaming-Sektor verankert. Und was ich ebenfalls interessant fand, Triple Dragon ist ja in dem Sinne ein Kreditgeber, der diese Kredite vorfinanziert. Und Debitum Network ist halt hier eine Finanzquelle, die sie anzapfen, wo das Geld herkommt von den Investoren. Triple Dragon ist aber auch selbst mit 20% Skin in the Game beteiligt. Das heißt, da gibt es auch einen gewissen Eigenkapitalanteil, der hiermit zugesteuert wird. Ein bisschen mal zu den Hard Facts. Insgesamt, oder seit dem 24. Februar ist Triple Dragon neu auf Debitum Network hinzugekommen. Die vorläufigen Assets, die hochgeladen worden sind, waren in der Größe von 330.000 Euro. 270.000 Euro sind bereits finanziert worden, Stand 10. März 2020. Und abschließend schauen wir noch auf den dritten Kreditgeber, der neu hinzugekommen ist. Und das ist Novity Finance. Novity Finance ist ein litauischer Kreditgeber, der seit 2016 bereits mehr als 1.000 litauische KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10 Millionen Euro finanziert hat. Was ich hier ganz interessant finde, ist immer auch so das Thema, wie kann man eine Kreditnehmerbonität bei Geschäftskrediten unabhängig bewerten. Das ist ja für mich auch immer bei Crowdestor, wenn wir das mal kurz einschieben als Thema, immer auch so ein Thema, was für mich eigentlich offen ist. Das heißt, ich möchte verstehen, wie wird die Bonität der Kreditnehmer, der Unternehmenskredite, wie wird das effektiv bewertet, wer steht dahinter, um natürlich auch so ein gewisses Verständnis zu bekommen, wie unabhängig ist auch diese Kreditnehmerbewertung, wer bewertet es, gibt es da vielleicht gewisse Überschneidungen, Korrelationen mit den Kreditnehmern und da einfach eine möglichst große Unabhängigkeit herzustellen. Und hier bei Novity Finance ist es eben so, dass man beim Scoring mit Credit Info zusammenarbeitet und das ist ein im Markt anerkanntes Unternehmen, ein seriöses Unternehmen auch für das Scoring, für die Bewertung von Kreditnehmern. Das fand ich positiv herauszustellen und klar, die Faktoren, die dann abgeklappert werden, wie wahrscheinlich auch überall sonst auch bei einer guten Unternehmens-Due-Diligence, Rentabilität, Eigenkapitalniveau, das Verhältnis von Forderungen und Verbindlichkeiten, also da brauchen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Was auch hier im Rahmen der Kreditabsicherung für mich sehr interessant ist, ist eine Kooperation, die Novity Finance vor kurzem mit dem Europäischen Investitionsfonds abgeschlossen hat, wo nämlich Kreditverluste in Höhe von 10 Millionen Euro abgesichert sind. Am 20. Februar hat Novity Finance eine Vereinbarung mit diesem sogenannten EIF, mit dem Europäischen Investitionsfonds unterzeichnet und dieser Umstand garantiert eben, dass jetzt ein Portfolio von Darlehen in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro garantiert wird. Also es wird abgesichert, das heißt, wenn es jetzt Kreditnehmer gibt und das führt hier eben dann irgendwie zu einer Insolvenz, dann ist es eben durch dieses Geld abgesichert, das heißt indirekt sind dadurch natürlich auch die Investoren von Debitum Network geschützt. Ganz interessant, diese Vereinbarung wurde am 20. Februar geschlossen und eine Woche später ist der Kreditgeber dann auch bei Debitum Network aktiv geworden, ist dort gestartet, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall kein Zufall und es ist natürlich eine schöne Garantie, wenn da so ein europäischer Investitionsfonds quasi gegen Kreditausfälle einsteht und dafür haftet. Es ist auch ein relativ, von den drei zumindest, relativ großes Kreditvolumen auch schon zur Verfügung gestellt worden auf Debitum Network. Insgesamt 765.000 Euro, 165.000 davon sind Stand 10. März noch für Investitionen offen. Ja, also das war zusammengefasst die Situation zu den drei neuen Kreditgebern auf Debitum Network und wie deren Geschäftsmodelle funktionieren. Ich finde halt besonders diesen Aspekt der Kreditabsicherung sehr charmant, wenn man das mal durchgeht. Niederländischer Staat, dann haben wir Technologieunternehmen wie Google, Apple, Amazon und nicht zuletzt dann bei Novity Finance den europäischen Investitionsfonds. Also das sind aus meiner Sicht ordentliche Hausmarken, deswegen finde ich, sind das kreative Partner oder gut aufgestellte Partner, die Debitum Network wahrscheinlich mit viel Kreativität auch gefunden hat. Mir ist zumindest jetzt nicht bekannt gewesen, dass diese Kreditgeber auch vorher schon mal woanders irgendwo aktiv gewesen sind, auf irgendwelchen Marktplätzen. Insofern glaube ich, aus erster Sicht muss man natürlich gratulieren. Natürlich aber auch der Hinweis, ich habe es im Disclaimer, im Intro auch schon mal gesagt, es entbindet natürlich nicht der Wirtschaftlichkeit der Unternehmen. Ich betrachte hier lediglich die Geschäftsmodelle. Man muss sich natürlich eben auch noch die Bilanzen anschauen, um eben ein vollumfängliches Bild davon zu bekommen, wie diese Kreditgeber wirklich auch qualitativ aufgestellt sind. Denn das beste Geschäftsmodell der Welt, es hilft halt nichts, wenn man es nicht auch auf die Straße bringt und ordentlich performt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch diese drei Beispiele einen schönen Einblick gegeben haben, was die Auswahl der neuen Partner von Debitum Network angeht. Ich persönlich glaube auch, dass Debitum Network, wenn wir auch mal in die jüngere Vergangenheit zurückschauen, zum Beispiel Richtung Forti Finance, da war Debitum Network eines der ersten Unternehmen, die auf Probleme bei dem polnischen Kreditgeber aufmerksam gemacht haben, noch vor Mintos und Vivento war es, glaube ich. Insofern glaube ich, dass das kontinuierliche Screening, was man nach jedem Quartal durchführt, dass es hoffentlich auch weiterhin so tragfähig sein wird, dass man eben gewisse Probleme frühzeitig erkennt. Und auf der anderen Seite, dass auch diese Kreditverfügbarkeit, die relativ eng gewesen ist zum Jahreswechsel, dass man das jetzt auch konstant in den Griff bekommt, im Idealfall, in dem man noch weitere Partner jetzt für Debitum Network hinzugewinnen kann. Soviel also zum Video für diese Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, ob euch die Einblicke gefallen haben und was euch sonst noch einfällt. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, euch alles Gute und bis Danny. Ciao. Ciao.